Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir sehen hier eine scharfe Spitze an einem Pfeil, ein Dreieck. Und wir sehen, dieses Dreieck hier vorne ist eine Einheit. Und wenn wir mit Jesus, mit Gott zusammen sind, sind wir in einer Einheit. Und vorne dran ist immer Gott. Mit uns an der Spitze ist Gott. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Das Thema heute ist, mit uns an der Spitze ist Gott. Und ich möchte gleich mit einem Bibelfers anfangen. Zweite Chronik 13, Vers 12. Da heißt es, siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze. In manchen Übersetzungen heißt es auch, siehe, mit uns an der Spitze ist Gott. Das sagt dasselbe aus. Das heißt, wir sind nicht allein. Gott ist mit uns und zwar vorne dran. Und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Einen Speer. Man könnte auch einen Pfeil nehmen, der ist etwas kleiner. Aber hier kann man es besser demonstrieren. Wir sehen hier eine scharfe Spitze an einem Pfeil. Ein Dreieck. Und hier vorne ist ein Punkt. Wenn wir uns vorstellen, das ist Gott. Und das, was danach kommt, das sind wir. Du und ich. Und vorne dran ist immer Gott. Mit uns an der Spitze ist Gott. Und wir sehen, dieses Dreieck hier vorne ist eine Einheit. Und wenn wir mit Jesus, mit Gott zusammen sind, sind wir in einer Einheit. In einer Spitze. Und er ist immer vorne dran. Und wenn wir diesen Speer oder so einen Pfeil oder Speer als unser Leben, mal als Beispiel nehmen, ein Pfeil oder ein Speer ist in Bewegung. Und unser Leben ist auch in Bewegung. Und wenn wir den jetzt werfen würden, sehen wir, die Spitze bleibt immer vorne dran. Und was trifft als erstes auf? Die Spitze. Und wenn wir denken, dass Gott in unserem Leben die Spitze ist, mit uns an der Spitze ist Gott, dann bekommt er immer alles zuerst ab. Ja. Wenn wir den werfen, stößt zuerst die Spitze drauf. Die Durchschlagskraft liegt in dieser Spitze. Und wir kommen hinterher. Das heißt, dass er vorne alles abbekommt. Oder er hat schon alles abbekommen am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen nachfolgen. Ja. Aber wir müssen immer mit ihm in Einheit sein. In dieser Spitze. In der Einheit. Und wenn wir das sind, haben wir immer den Sieg. In zweiter Chronik, wo dieser Vers steht, da kämpfte Judah gegen Israel. Dass Gott mit ihnen war. Israel war abgefallen von Gott, Judah nicht. Und Judah proklamierte dies und sagte, wir werden gewinnen, weil Gott mit uns ist. Und so ist es auch. Wir werden gewinnen, weil Gott mit uns ist. Und sie waren sich dieser Einheit bewusst. Diese Einheit, so wie bei einem Speer oder einem Pfeil vorne. Diese Einheit, dieses Dreieck. Gott und sie. Und das gilt auch uns heute. Es heißt, mit uns an unserer Spitze. Es heißt nicht, Gott kämpft allein und wir kommen hinterher. Sondern mit uns zusammen. Die Spitze eines Pfeiles oder eines Speers, haben wir gesehen, ist eine Einheit. Das gehört zusammen. Also Gott geht nicht voran oder kämpft nicht für uns alleine, sondern mit uns zusammen. So wie bei diesem Dreieck. Ganz vorne ist der Punkt, der durchstößt. Doch die ganze Spitze ist aus einem Guss. Gott und du. Und an der Spitze ist immer der größte Druck. die vorangehen, die vorwärts gehen. Diejenigen, die vorangehen, machen den Weg frei. In unserem Leben müssen wir immer vorangehen. Wir können uns nicht verstecken. Es geht immer weiter. Aber mit uns an unserer Spitze ist Gott. Wir gehen zusammen. Gott und du. Jesus' Sieg ist stärker als der Feind. Der Sieg ist schon errungen am Kreuz von Golgatha. Und wir haben gewonnen. Und zwar mit ihm zusammen. Wenn Jesus in uns ist, haben auch wir Anteil an diesem Sieg. Dann gehört uns dieser Sieg. Was wir tun müssen, ist, die Steine, die Hindernisse, die Hürden und so weiter aus dem Weg zu räumen. Alles, was uns hindert, vorwärts zu gehen. Alles, was uns hindert in unserem Leben, müssen wir beseitigen. Manchmal sind diese Hindernisse wie Berge vor uns. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir können diese Hindernisse mit Jesus zusammen aber aus dem Weg räumen beziehungsweise darüber steigen. Wir brauchen eine andere Perspektive. Keine Perspektive auf die Hindernisse, sondern eine Perspektive auf ihn, weil wir mit ihm zusammen diese Hindernisse überwinden. Eine Perspektive eines Gewinners. Wir brauchen Mut und Entschlossenheit. Vorangehen ist unbequem. Vorangehen ist anstrengend. Vorangehen braucht Zeit. Vorangehen heißt, ich muss nach vorne schauen, dem Ziel entgegen. Nicht nach hinten, sondern nach vorne. Erinnern wir uns an Mose. Mose sandte Kundschafter aus. Zehn Kundschafter berichteten, dass Riesen im Land wären und sie sich wie Heuschrecken vorkämen. So heißt es im 4. Mose 13. Das war angsteinflößend und entmutigend, wenn man von Riesen hört und von solchen Dingen. Und das Volk murrte und sagte dann auch prompt, wären wir doch in Ägypten gestorben. Kennen wir das nicht auch? Entmutigung, aufgeben, wir sehen riesige Berge vor uns, die für uns unbezwingbar erscheinen. Doch 4. Mose 13, 30 bis 33. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen und und waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Und es steht hier, dass es ein böses Gerücht war, dass sie über das Land erzählten. Es war gar nicht so, sondern weil es ihnen vielleicht zu anstrengend war, das Land zu erobern, setzten sie ein böses Gerücht unter das Volk. Es gibt immer Menschen, die Gerüchte in die Welt setzen. Es sind immer ein Paar da, die negativ reden. Sie sehen immer nur das Negative schaffen wir nicht. Viel zu groß, viel zu stark, viel zu viel oder was auch immer. Diese Männer waren entmutigt und deshalb verbreiteten sie ein böses Gerücht, um die anderen auch davon abzuhalten. Lass dich nicht von anderen abhalten, das Richtige zu tun. Geh vorwärts, Gott ist mit dir. Lass dich von den Hindernissen nicht abhalten, das Ziel zu erreichen. Der Sieg ist dein, mit dir an der Spitze ist Gott. Ein weiteres Beispiel ist Joshua. Joshua 3, Vers 1. Eine Verheißung Gottes an das Volk Israel. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und was passierte dann? Das Erste, womit Israel im verheißenen Land konfrontiert wurde, war kein Willkommensfest. Nein, ihr wisst es, es war eine Schlacht, es war die Schlacht von Jericho. Das war die erste Handlung im verheißenen Land. Kein Spaziergang, trotz Verheißung Gottes gibt es Hindernisse. Auch wenn du eine Verheißung Gottes hast, musst du vorwärts gehen. Das verheißene Land ist unser. Alles, was uns die Bibel verheißt, gehört uns. Aber es ist kein Spaziergang. Wir können nicht einfach sagen, Gott, lass es einfach herunterregnen, deine Verheißungen. Gott wird schon alles machen, ich ruhe mich einfach aus und warte. Schauen wir uns an, was Gott zu Joshua vorher gesagt hatte. Joshua 1, Vers 9, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Wo immer du gehst, heißt es hier, egal wo du bist in deinem Alltag, egal ob dich gerade Sorgen plagen, egal ob du krank bist oder egal was du auf deinem Herzen hast, der Herr, dein Gott ist mit dir, wo immer du auch gehst. Und wir machen so oft einen Rückzug und überlassen dem Feind das Feld. Warum geben wir oft der Angst so viel Raum und treten ihr nicht entgegen? Sie hat keinen Platz bei uns und auch kein Anrecht. Wenn wir das gegenüber stellen, dass Gott mit uns ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Die Bibel sagt uns, dass Gott unser Heiler und Befreier ist. Warum geben wir so schnell auf und gehen nicht vorwärts für unsere Verheißung? Jesaja 40, Vers 28 bis 31. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enten der Erde. Er Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen nährt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und das ist unser Gott und das dürfen wir haben. Wenn wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen, dann laufen wir und ermatten nicht, weil er uns immer wieder neue Kraft gibt, dann gehen wir und ermüden nicht, weil er mit uns ist, weil er bei uns ist, auf jedem Schritt, den wir gehen. Immer hat Gott eine Lösung. Immer geht es weiter. Nimm die Bibel und stelle dich auf seine Verheißungen. Geh vorwärts, mit dir an der Spitze ist Gott. Und er bleibt dort. Er sagt nicht, jetzt gehe ich mal zurück und stelle mich hinten an und lass andere machen. Nein, er bleibt an der Spitze, er geht dir voran. Du und Gott, eine Einheit, so wie diese Pfeilspitze oder diese Speerspitze, eine Einheit. Auch Nehemiah ist ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel dafür. Er war ein Mann, der ständig auf entmutigende Feindseligkeiten stieß. Er war ständig Kritik, Widerstand und Untergraben seiner Autorität ausgesetzt. Was er sagte und tat, war seinen Kritikern ein Dorn im Auge. Sie waren neidisch und verärgert. Nehemiah 3, Vers 33 bis 38 Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt? Und Tobia der Ammoniter stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinauf springt, reißt er ihre Steinmauer ein. Das war doch richtig frech, was Nehemia sich da anhören musste. Der Feind versucht immer, dieselbe verschlagene Taktik, um uns vom Plan Gottes für unser Leben abzuhalten. Nehemia ließ sich nicht abhalten, er ging hartnäckig seinem Ziel nach. Sein Glaube an Gottes Absichten und Versorgung waren stärker als der Versuch des Feindes ihn zu Fall zu bringen. Nehemia ließ sich von den Reden jener negativen Leute nicht beeindrucken. Er hatte von Gott gehört und das war ihm genug. Und wenn wir von Gott hören, dann sollten wir gehen und uns auch nicht vom Feind abbringen lassen, das zu tun, was im Wort Gottes steht. Was werden wir tun, wenn andere unsere Arbeit kritisieren? Was werden wir sagen, wenn Menschen meinen, was wir tun, hätte keinen Bestand? Werden wir auf diese Menschen hören oder werden wir weiterbauen bzw. unseren Weg gehen? Nehemia 4, Abvers 1 Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber Ammoniter und Ashtoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Die Arbeit ging weiter und der Erfolg war sichtbar. Und hier können wir etwas lernen über die Taktik des Feindes. Zuerst war Kritik, Spott und Beleidigung und danach wurden Zweifel gesät. Das wird ja doch nichts. Du kannst das nicht, lass es sein. Doch wenn wir uns davon nicht beeindrucken lassen, kommt der Feind mit Verwirrung. Verwirrung heißt einer gegen den anderen. Habt ihr das schon einmal erlebt in einer Situation? Verwirrung? Ja, ich glaube, wir kennen alle auch solche Situationen einer gegen den anderen. Und man weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Aber die Situation ist plötzlich total verfahren. Und das ist wie ein Luftballon. Ich habe euch hier einen mitgebracht. einen Luftballon. Der Feind bläst hinein, mehr und mehr und der Luftballon wird größer und größer. Und ich mache das jetzt mal. Er bläst hinein und deine Situation bauscht sich plötzlich auf. Und nochmal. Und es wird größer und größer. deine Situation oder die Lage, in der du steckst. Es bauscht sich auf und das Problem wird immer größer. Und nochmal. So. Und irgendwann wird dieser Luftballon platzen. Es bauscht sich auf, bis es platzt. Ich werde ihn jetzt nicht platzen lassen, sondern ich lasse die Luft so wieder heraus. Und irgendwann, wenn das Ganze geplatzt ist, ist die Luft raus. Und was war es dann? Nichts. Ja. Und oft wissen wir auch gar nicht, warum wir eigentlich streiten oder warum wir in einer Situation eine Verwirrung haben oder warum der Feind das jetzt so aufblasen konnte, dass wir gar nicht mehr darüber sehen. Ja. Einfach Verwirrung stiften, Luft. Und so macht es der Feind oft mit unseren Situationen oder Problemen oder was auch immer. Erkenne die Taktik des Feindes. Er will uns abhalten und macht oft ein riesiges Getöse. Was glaubt ihr, wenn dieser Ballon jetzt geplatzt wäre. Ihr werdet alle recht erschrocken. Und so ist der Feind auch. Er sticht dann hinein und das Ganze platzt. Und was war? Luft. Hinterher merken wir, dass eigentlich gar kein Grund da war. Aber zurück zu Nehemia. Was tut Nehemia dann? Vers 3. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also sie gehen wieder zu Gott und breiten ihre Sorgen aus. Sie fingen an zu beten und Gebet ist unser bester Schutz. Wenn wir anhalten beten, stellen wir dadurch eine Wache auf gegen den Feind. Ständige Verbindung zum Himmel ist wie eine Wache in unserem Leben. Das heißt für den Feind bis hierher und nicht weiter. Hier ist Stopp. Und so sollten wir das tun im Gebet. Und auch mit dieser Taktik konnte der Feind Nehemia und seine Leute nicht abhalten weiter zu machen. Im letzten Vers des dritten Kapitels lesen wir und das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Wenn du mit ganzem Herzen an der Arbeit bist, wird der Feind versuchen das zu zerstören. Er steht nicht da und schaut zu, wenn du von ganzem Herzen Jesus nachfolgst, sondern er wird dich attackieren, um dich daran zu hindern und dich abzuhalten. Er will dich abhalten zu beten. Er will dich abhalten Bibel zu lesen. Er will dich abhalten in den Gottesdienst zu gehen. Und er will dich abhalten, dass du vorwärts gehst. Nehemia hat jede Strategie des Feindes erkannt und mit Gottes Hilfe sofort zunichte gemacht. Und auch wir müssen die Strategie des Feindes in unserem Leben erkennen. In der Bibel wird Gott auch als Herr der Herrscharen genannt. An vielen Stellen lesen wir über Gottes Herr, über die himmlischen Herrscharen. Und in 2. Mose 15 Vers 3 steht, der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Und er kämpft für uns. Er räumt Hindernisse aus dem Weg, die uns aufhalten wollen, wenn wir in Einheit mit ihm sind. Und wir müssen lernen, vorwärts zu gehen. Bist du die Niederlagen satt in deinem Leben? Dann steh auf und fange an, vorwärts zu gehen. Lass dich nicht entmutigen, auch wenn es dem Feind nicht gefällt. Rufe dir die Wahrheiten Gottes ins Gedächtnis und sei dir gewiss, Gott ist mit dir. Gott ist größer als alles, was deine Sorgen und Nöte sind. Entscheide dich gegen Krankheit, gegen Selbstmitleid, gegen alle Arten von Mängel in deinem Leben und gib nicht auf. Satan hat keine Macht über dich. Wenn deine Situation auch noch so aussichtslos scheint, es scheint nur so, wie bei Nehemiah, Gerücht und Geschwätz. Steh auf und fang an vorwärts zu gehen. Wenn der Feind deine Familie angreifen will, dann geh dagegen an mit Entschlossenheit. Du hast Vollmacht von Gott. Du hast Vollmacht im Gebet. Gott war mit Nehemiah und er ist auch mit dir. Nehemiah ging voran beziehungsweise voraus. Lass dich nicht abbringen. Lass dich nicht entmutigen. Geh vorwärts, denn mit dir an der Spitze ist Gott. Und zwar so, wie wir es gesehen haben, an unserem Speer und an unserem Pfeil. Ich möchte das noch einmal einfach zeigen, diese Spitze vorne, wo Gott vorne dran steht und wo wir hinten nachkommen in einer Einheit und er bekommt alles ab. Deine Schwierigkeiten, deine Probleme treffen zuerst auf ihn und dann kommen wir hinterher. Ist das nicht wunderbar, dass wir das tun können, dass wir das haben? Halleluja! und dann